Musik Frau Bader, ist das dann morgen, wo der Unterricht von zu Hause aus stattfindet? Ja, wie mit euren Eltern besprochen, machen wir morgen Unterricht über eine Videokonferenz. In der Schule sind nämlich morgen Handwerker und renovieren die Klassenzimmer. Da wird es sehr laut und sehr staubig werden und ihr könntet euch hier wahrscheinlich überhaupt nicht konzentrieren. Hoffentlich klappt das mit dem Computer. Deine Eltern können dir bestimmt alles einrichten, dass es klappt. Am besten ich nehme dieses Plakat noch mit ins Lehrerzimmer, damit es nicht schmutzig wird. Machen wir dann auch Sport zu Hause? Nein, Sport fällt dann morgen aus. Ihr habt nur Deutsch und Kunst bei mir. Ach Mann, warum fallen immer die coolen Fächer aus? Boah, zu Hause wäre doch sicher total lustig. Ja, ich würde Weitsprung ins Bett machen. Die Videokonferenz startet pünktlich um 8 Uhr, wie der normale Unterricht sonst auch. Habt ihr sonst noch Fragen? Nein. Okay, dann bis morgen. Tschüss. Tschüss. Am nächsten Morgen. Das ist so cool. Ich konnte heute viel länger schlafen, weil ich nicht in die Schule muss. Das ist gemein. Ich will auch zu Hause bleiben. Nein, Anna. Papa bringt dich jetzt in den Kindergarten. Lena muss sich nachher am Computer konzentrieren, weißt du? Ach, Menno. Ich fahre schon mal den Computer hoch und du kannst so lange frühstücken. Okay. Ich habe mein Frühstück schon eingepackt. Prima. Dann können wir ja los. Tschüss. Tschüss. Ich habe dich schon angemeldet. Hier siehst du dich selbst. Okay. Ah, da ist Sidra. Hallo Sidra. Hallo. Sind wir die Einzigen? Bis jetzt schon. Frau Bader ist wohl auch noch nicht da. Ah, da ist Lukas. Und Frau Bader. Guten Morgen. Aha, super. Es funktioniert. Kann ich so lange denn noch auf YouTube, bis alle da sind? Nein, Lukas. Wir schauen jetzt keine Videos. Wir fangen gleich mit dem Unterricht an. Hallo, Lara. Guten Morgen. Hallo. Ah, John und Rosabella sind auch da. Hallo. Hallo. Ich bin gleich soweit. Ich muss nur noch schnell meine Haare kämpfen. Jetzt fehlen nur noch Malte und Lisa. Ah, da kommt noch jemand. Wer ist denn das? Mensch, geht mal weg. Ich muss jetzt hier was arbeiten. Das sind Lisas Geschwister. Lisa, man sieht dich gar nicht. Ich weiß. Ich sehe auch nichts. Meine Geschwister wollen auch alle gucken. Guten Morgen. Hallo, Malte. Malte. Jetzt sind wir vollzählig. Malte, bist du etwa gerade eben erst aufgestanden? Du hast ja noch den Schlafanzug an. Ja, das stört doch nicht, oder? Hast du halt nicht verschlafen? Ich muss noch schnell was frühstücken. Bitte nehmt jetzt das Arbeitsblatt mit der Geschichte vom Schaf zur Hand. Dieses Arbeitsblatt hier. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Nee. Nee. Das geht jetzt so überhaupt nicht. Ihr müsst jetzt still sein, sonst müsst ihr raus. Habt ihr alle das Blatt? Ja. Nein. Moment, ich such's noch. Das ist nicht. Das braucht nicht. Das nicht. Oh, beim Supermarkt gibt's Cola im Angebot. John, wir warten auf dich. Ja, ja. Ich hab's bestimmt gleich. Ah, das könnte es sein. Ja, ich hab's. Ein bisschen zerknickt, aber man kann's ja noch lesen. John, du solltest mit deinen Schulsachen etwas sorgfältiger umgehen. Das ist wichtig. Okay. Tut mir leid, Frau Bader. Jetzt liest jeder bitte für sich die Geschichte vom Schaf. Määh. Määh. Und macht dann die Aufgaben dazu. Und, klappt alles, Lena? Ja, wir haben gerade eine Aufgabe bekommen. Okay, ich bin in der Küche, wenn du mich brauchst. Ist gut. Malte, hast du schon angefangen zu arbeiten? Nein, ich musste erst noch meinen Kakao leer trinken. Es ist jetzt Unterricht. Bitte fang mit der Aufgabe an. Während ihr arbeitet, könnt ihr das Mikrofon ausschalten. Okay. Unterstreiche alle nur mit dem Textblut. Dann mach ich das mal. Seid ihr fertig mit der Aufgabe? Ja. Frau Bader, kann ich mir schnell aufs Klo? Na gut, Lukas. Machen wir eine Pause, Frau Bader. Ich hab Hunger. Du hast doch erst gefrühstückt, Malte. Aber doch nur ein halbes Brötchen. Ich hab immer noch Hunger. In fünf Minuten ist Pause. Jetzt besprechen wir das Arbeitsblatt mit dem Schaf noch fertig. Määh. Wir haben Pause. Okay, und wie läuft es? Ich finde es lustig, aber wirklich viel haben wir noch nicht gearbeitet. In fünf Minuten geht es weiter mit Kunst. Das Beste ist, dass man in der Pause sofort bei seinem Spielzeug ist. Oder sich mal schnell ins Bett legen kann. Oh, es geht schon wieder weiter. Wir fangen in Kunst ein neues Thema an. Und zwar sollt ihr ein Stillleben malen. Das heißt, ihr könnt euch ein oder mehrere Gegenstände aussuchen, die ihr abmalen wollt. Das kann eine Blume in einer Vase sein oder zum Beispiel auch Obst oder Gemüse. Kann ich auch mal ein Mäerschweinchen malen? Nein, es sollen Dinge sein, die sich nicht bewegen. Bei irgendjemand hat es an der Haustür geklingelt. Das war bei mir. Ich muss mal schnell aufmachen gehen. Was könnte ich denn malen? Ich könnte einen Apfel oder eine Banane abmalen. Rosabella, malst du auch etwas? Ja, ich male meine Lippen an. Bin wieder da, hab nur gerade Pizza geliefert bekommen. Malte, das geht doch nicht. Wir machen jetzt Kunst. Du musst die Pizza später essen. Oh, ich dachte, wir sollen was zum Essen abmalen. Ich male meine Pizza. Aber nur ein Stück davon. Und um das abmalen zu können, muss ich zuerst alle anderen Stöcke aufessen. Hey, Frau Bala ist weg. Ich glaube, sie ist rausgeflogen. Was machen wir jetzt? Dann haben wir eben frei. Ja, cool! Ich weiß nicht, ob wir uns zu Hause besser konzentriert haben. Aber immerhin war es nicht laut und staubig. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!